Waldbaden ist Seelebaumeln mit Mehrwert. Begleiten Sie mich einen Nachmittag zum Waldbaden im Raum Wien oder besuchen Sie meinen Workshop im Waldviertel. Hildegard von Bingen sagte bereits, es gibt eine Kraft und die ist grün. Bereits der Anblick eines Waldes senkt Stresshormone, hebt die Laune und sorgt für inneres Gleichgewicht. Waldbaden, japanisch Shinrin-Yoku, bedeutet so viel wie Baden in der Waldluft. Dabei genießt man Bäume, Sträucher, Moose, einfach den ganzen Wald in vollen Zügen. Der Wald muss in uns wirken, damit wir wieder zu uns finden. Waldbaden senkt den Blutdruck, reguliert den Puls, vermehrt die Killerzellen im menschlichen Körper und stärkt das Immunsystem. Beim Waldbaden kann man sehr gut die vielen Lebewesen des Waldes entdecken und beobachten. Zum Beispiel die Ameisen, welche im Waldviertel riesige Ameisenhügeln als Wohnstätten errichten. Waldbaden fördert den Stressabbau, dient der Burn-out-Prävention, unterstützt den Heilungsprozess bei Krankheiten, kann zur Krebs- und Diabetesprävention beitragen, wirkt wohltuend bei Atem- und Lungenproblemen und hilft bei der Produktion von Herdsubstanzen. Setzen Sie sich auf einen ruhigen Aussichtsplatz, um die Landschaft zu überblicken, bestaunen Sie die Gesteinsformationen des Waldes und genießen Sie einen ruhigen Rastplatz, an dem Sie die gute Luft in Ihren Körper einatmen können. Verbringen Sie ein Wochenende bei einem Workshop zum Thema Waldbaden im Waldviertel, wo Sie alles Wesentliche erfahren, wie Sie Waldbaden auch im Alltag für Ihre Gesundheit nützen können.